Mein Name ist Tuchel Steinke und ich bin Wegemanager beim Goldsteig Wanderweg. Nach 27 Jahren Büro habe ich mich beruflich verändert und bin dankbar, dass ich meine Leidenschaft, mein Hobby zum Beruf machen konnte. Der Goldsteig ist ein 660 Kilometer langer Qualitätswanderweg, der in Marktredwitz startet und eben über eine Süd- und Nordrote durch den Bayerischen Wald führt. Das ist der vielseitigste Qualitätswanderweg in ganz Deutschland. Es gibt einfache Touren, es gibt mittlere und natürlich sehr anspruchsvolle Touren, wie zum Beispiel die 8000er-Tour im Arber oder durch den Nationalpark über den Rachel, Lusen. Aber es gibt auch ganz liebliche Touren, wie vor allem im vorderen Bayerischen Wald. Da gibt es echt auch sehr angenehme Touren zum Spazierengehen. Wir koordinieren insgesamt die Zusammenarbeit von 100 Gemeinden, 10 Landkreisen, 5 Naturparken im Nationalpark, die drei Waldvereine, die wir haben und 60 Wegeparten. Wir kümmern uns um Wegweiser, um Markierungen. Auf die Wege passen wir auf, dass die Qualität einfach erhalten bleibt. Es gibt Menschen, die in einem Stück laufen. Die sind drei Wochen, vier Wochen unterwegs. Es gibt aber auch die Etappenwanderer, die dann teilweise drei Jahre brauchen, um den Weg zu begehen. Und es gibt auch Verrückte, wie zum Beispiel die UltraRazer. Die laufen die 660 Kilometer in einem Stück an fünf Tagen. Und ich kann jeden nur herzlich einladen dazu, hier zu wandern. Ich werde jetzt nicht bereuen, Gipfel, Hügel, Täler. Es ist alles für jeden dabei. Für mich ist der Bayerische Wald purer Wandergenuss und meine absolute Leidenschaft.